Deutsch mit Melissa. Gespräche mit einer Zweijährigen. Im Auto an der Ampel. Warten. Wir warten, weil die Ampel rot ist. Ja. Ampel rot ist. Weil die Ampel rot ist. Ja. Und wenn die Ampel grün ist, was können wir dann machen? Ja. Wenn die Ampel grün ist, können wir? Ja. Weiterfahren. Ja. Aber noch ist rot. Ja. Die Ampel ist immer noch rot. Ja. Jetzt müssen wir weiter warten. Und jetzt? Weiterfahren. Grün. Ja. Wir können weiterfahren. Fahrrad auch weiterfahren. Ja. Der Mann auf dem Fahrrad kann auch weiterfahren. Für ihn war auch grün. Das auch. Noch ein Fahrrad. Ja.